Hallo Leute, ich bin es, Manni, und ich bin hier, Busfahrer. Hallo, ich bin's, Manni, der Busfahrer, Jenschen auch. Ich bin bei die Bayern, Basketball. Jawohl, die Bundesliga ist im Endspurt. Jetzt muss nur noch der Bus fit gemacht werden. Und das macht der Chef persönlich. Mann, wie sieht's denn hier wieder aus, du? Die Jungs haben auch keine Ordnung. Ihr wird alles irgendwo hingeschmissen, du. Das geht doch so nicht. Was ist das denn hier? Guck dir das an, einfach eine Flasche stehen gelassen. Hier, zack, bumm, krasser Bottelflip. Ich mach Video, tu ich Internet. Das gibt's doch gar nicht. Machen die denn ja nichts anderes mehr, als hier mit den Botteln zu flippen? Ich hab früher noch Quartett gespielt, kann doch ja nicht wahrsehen. Mann, 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 da, ich hab es drauf, ich hab es drauf. Aber ich geh jetzt in die Halle zu den Jungs, und die sollen mir zeigen, wie die das machen. Vielleicht können die das noch besser als ich. Leute, 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 was ist denn los hier? Ich räum den Bus für euch auf, ja, hier. Und ihr daddelt hier rum, was macht ihr denn hier? Was soll denn das? Das ist doch eine Frage, wir trainieren. Trainieren, hier, halt mal, halt mal den Müll. 1, 2, 3, 1. Habt ihr gesehen? Ja. Wahnsinn. So, jetzt hier, jetzt ist der Druck gestiegen, ja. Hau mal, Danilo, ich werd verrückt, du hängst hier rum mit deinen 4-Meter-Gräten. Hau mal, ich hab gehört, du warst mal Most Improved Player. Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist ein Award für den Spieler, der sich in der Saison am besten verbessert hat. In welcher Saison waren das? 2, 13, 2, 14. Und dann hast du einfach aufgehört damit, oder was? Ja, ich hab mich ja dann auf neue Talente konzentriert. Verstehe, hab ich gesehen. War ja nicht schlecht, du. Ja nicht schlecht gewesen. Probieren wir noch mal. Alex, es gibt's ja ja nicht. Komm mal rüber, Junge. Warte, ich komme. So, da bin ich. Ja, Mensch, ich hab gehört, du bist ja der Small Forward. Was heißt denn das? Also, ich meine, vor allem Small, wa? Ja, Small. Aber ich bin ziemlich groß und will in meiner Nähe vom Korb. Klar, du bist ja auch der King. Du bist ja Alex King oder auch King Alex. Da kannst du jetzt mal zeigen, ob der Name auch Programm ist. Ja, das werde ich. Auf jeden Fall. Auf jetzt. Yes! Siehst du das? Ich kann's doch. Ja, das hätte ich auch gekonnt, wa? Aber ich hatte noch kein Frühstück gehabt. Da ist ja das gute Stück gelandet, hör mal. Ich werd verrückt. Sicher. Wie beim Kapitän von der Airline. Hör mal, Karim, ich freu mich erst mal. Grüß dich. Ich mich auch, Manni. Du bist der Jüngste im Team. Wie alt bist du denn überhaupt? Äh, 12 geworden. Was das? Ja, veräppelt. 14. Hör mal, ich find, ich bist ein duften Typ. Du bist ja im Internet eine ganz große Nummer. Du bist ja überall. Du bist ja mal YouTube, Fatzebook und so weiter, Instagram, Twitter. Aber hier, du hast das ja mit den Bottles quasi erfunden, kann man sagen. Das stimmt, auf jeden Fall. Ja, dann will ich jetzt mal von dir auch mal so richtig schöne, geile Dinge sehen. Also, hau raus, Karim. Dann pass mal auf. Yeah! Bam! Das hat mega Spaß gemacht mit den Jungs. Aber ich sag mal so, jetzt haben wir hier noch geflippt. Jetzt würde Zeit, dass wir zur Seriosität zurückkehren. Ich muss den Bus in der Waschanlage fahren, damit der sauber ist für die Playoffs. Und die Spieler, die machen noch ein bisschen den Trainingshansel da drin in der Halle. Und ich fahr los. Also, tschüss, macht's gut. Manni! Ach, das bin ich ja selber. Was rufe ich denn? Ich stehe am Bus so, jetzt isi, isi, locker. Mach so ein bisschen ein. Zwei! Ich zähl, doch, ich zähl. Ich zähl.